hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer abonnenten und so weiter wir sind heute mit nein wir sind bei minecraft tschuldigung ich muss jetzt einmal ganz kurz was guckt ihr denn die ganze zeit nach hinten mann warum guckst du die ganze zeit nach hinten ja ich weiß es hat sich wieder was geändert mein gott nein ich hab's wieder umgebaut ein bisschen weil ich mir überlegt habe wie könnte es besser passen reiße deswegen habe ich ein bisschen umgebaut ich hoffe euch gefällt es wollt ihr mal eine raum tour haben dann lasst einfach ein däumchen da oben da bei drei daumen zeige ich euch mal hier so mein equipment womit ich arbeite wie ich arbeite womit ich aufnehmen blablabla ja also was würde ich machen deswegen ich habe jetzt nicht mehr allzu viel zeit wie gesagt das ist schon die fünfte aufnahme ja ich tico hat mir gerade wieder ein bisschen kurz geholfen damit das englisch mal alles so ein bisschen funzt und ich wollte euch mal zeigen was ich jetzt so in der nächsten zeit vor habe also morgen kommt auch wieder emily rain to play raus ich hoffe ihr freut euch schon drauf und wir haben ja samstag unseren minecraft server eröffnet und das will ich mal kurz zeigen so dass wie gesagt der sporn punkt hier übrigens samstag zwölf stunden live stream ne ja wir haben den server geöffnet so sieht das dann von vorne aus ja sieht gar nicht mal so schön aus jetzt habe ich nur gerade mein bildschirm angespuckt dann geht es weiter so das ist die schäbiges haus das ist mein schäbiges haus das wird aber auch noch alles schöner werden ich werde will das nicht mit euch zusammen aufbauen sondern haben hier schon welche schön gebaut also wir haben eine riesen map die kann man im internet nachgucken unter www.tiger.keineahnungwas.de ich weiß gar nicht hat man hier eine map ja warte mal machen wir mal kurz so karte leere karte nein wir wollen aber wir wollen noch keine leere karte sind die eigentlich bescheuert in der fritte oder was wollen noch eine ganz normale landkarte kann die war sein hier schreibt man das denn jetzt ich weiß nicht weil es deutsch ok es geht nicht anscheinend ok lassen was sein wie gesagt ja wurde hier noch ein bisschen gebaut wer noch mehr sehen will davon er kann auf jeden fall mal einen kommentar da lassen und wer findet das oder sich freut dass es mein kopf dann auch bald gibt dann wie man hier auf den server arbeitet dann schreibt es wie gesagt in die kommentare rein bei drei likes zeige ich mal mit welchem equipment ich hier arbeite ja warum ich jetzt wirklich wieder so schnell weg bin es tut mir wirklich leid das ist ich habe gleich noch andere aufnahmen nämlich emily mit jemandem ein special gast special gast den kennt ihr sogar mittlerweile schon ja damit werde ich raus danke fürs zuschauen hat euch das video gefallen lasst einen daumen da einen kommentar eine bewertung ich würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten mal euer krach tv ja 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 ja